Oh, ich glaube, Mammut ist ein bisschen sauer. Mein Affe schmeißt auch schon wieder mit Scheiße. Nee, auf die Gegner, Mensch. Nicht auf das Mammut Laguna. Sagt richtig geil aus. Schmeißt da mal Scheiße grad, ey. Richtig geil sieht das aus. Ja, ja. Wir kommen beim Stream. Komm raus hier, Mammut. Kackt ja schon wieder. Ich glaube es ja nicht. Jetzt muss ich mal warten, bis dann Stamina wieder voll ist. Ja. Ich bin nach oben. Ich bin nach oben, ich bin nach oben. Ich muss mal zu meinem Armut hin, sie was geben. Nein, das wollte ich doch gar nicht, Mensch. Äh. Ein damit und rein. Jetzt pippen wir den Ofen wieder, den ich jetzt erstmal kreuzvoll am Arsch decken kann. Ich bin nach oben. Ich bin nach oben. Ich bin nach oben. Ich bin nach oben. Der Mammut ist mir zu stark auf die Pelle gerückt, ganz ehrlich. Ja. Guck der erstmal. Oh Gott, dieser Yeti geht mir auf den Keks. Ich bin nach oben. Also bei mir hat's gelegt Ganz ehrlich, das Vieh ist genial. Kann man echt nichts anderes sagen, ey. Wieder 500 Gewicht gleich voll. So, langsam sollte ich noch. Oh ja. So, Spiel eingeben. Er darf nur bei 800 kommen. Bis 800 darf er nur kommen. Äh, verdammt. Falsch gedrückt. Äh, glaub der durfte noch 25 Kilo kriegen. Oder? Etwa 25 Kilo, ja. Gut. Dann hat da jetzt jemand 91. Ja, das reicht. Wer kriegt da nicht? Also das Mammut ist schon bei mir schon wieder voll, ne? Was meinst du jetzt? Ah, den liegt noch in der rechten. Kein. Den liegt noch in der rechten. Den liegt noch in der rechten. Ah, den liegt noch in der rechten. Den liegt noch in POLGEN. Oh, da ist ja noch ganz respawns, glaub ich. aber auf der linken seite und hier oben gut gut das So, jetzt ich. Das kleine Vieh ist jetzt auch schon wieder voll, ne? Jetzt muss nur noch ich abbauen, dann bin ich, äh, ja. Dann halt schon wieder genügend Steine und dann kriegst du wieder ein paar hundert Steine. Und du merkst, wie schnell das geht gerade, oder? Ja, dann musst du jetzt Holzbarm gehen kurz, weil das dort noch nicht lang. Äh, halt, ich, ich, die Saurus hat gleich gerade gekriegt. Jetzt brauche ich, äh, brauche ich kein, äh, brauche ich keinen Dingspunkt mehr. Und jetzt brauche ich Wasser. Echt mies. Toll, hier ist alles abgefüllt, äh, abgebaut. Nennt wo mehr Steine? Vielleicht jetzt nirgends, oder gibt's nicht mehr Steine, oder was? Auch nicht. Na, super. Ja, so wie's aussieht, gibt's wohl keine Steine mehr. Äh, äh, Holz und so weiter kann man machen, ne? Also, das geht schon. Äh, wo ist jetzt schon wieder der? Ach, da ist er, Mensch. Ja, kannst du mal testen, ne? Kann auch sein, dass du runterrutscht. Äh, Akane, nein, wir haben noch keinen Itchy, aber ich will mir noch einen holen. Aber dafür müssen wir erstmal das Wassergehege bauen. Und das wird auch noch dauern. Wohne ich gerade unseren Flugplatz. Flug- und Landezone. Das ist mir egal, ganz ehrlich, Laguna. Das ist unsere Basis und nicht nur 0815 Scheiße, ne? Ist doch gut. Aber das Geile ist, ich muss mir keinen Itchy-Sattel mehr machen, Laguna, ne? Habe ich jetzt. Habe ich jetzt. Akane, ich habe heute die ganzen Wände abgerissen. Äh, beim, äh, beim Hafen und habe sie neu aufgebaut. Jetzt sieht's ganz anders aus im Hafen allein schon wieder. Der Hafen wurde auch vergrößert. Ist doch gut. Auf Blick. Gleich kippe ich um. Gibt mir gleich um. mann an ich muss langsam mal schnell zum wasser und kippe ich gleich um und wenn vielleicht rot und das wollen wir eigentlich nicht oder ich will es nicht wir haben jetzt aus dem spiel geflogen also hier steht es bei mir gerade oder hast du also ich bin jetzt gleich genügend steine erstmal steine aber ich sagen gehen wir gleich noch mal fahren und dann brauchst du erst mal so ich sag es mal und du machst holz also tun zettel wirst du jetzt weißt du hast du jetzt mal muß man was 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 wenn es was Vielen Dank.